Als vergangene Woche nach fünf Jahren Verhandlung das Urteil im NSU-Prozess gesprochen wurde, war man irgendwie erleichtert. Endlich. Beate Zschäpe verurteilt, das Thema rechte Terrorzelle erstmal verhandelt, abgeschlossen. Nur man sollte sich in diesem Gefühl nicht ausruhen. Ich glaube nicht, dass sowas nicht nochmal passiert, sagte neulich eine der Beobachterinnen des NSU-Prozesses in Panorama. Es gibt weitere rechtsextreme Gruppen in Deutschland, auch Militante. So wie Combat 18. Die zum Beispiel sollte man gut im Auge behalten. Julian Feldmann und Patricia Schlosser haben sich auf die Spur von Combat 18 begeben. Die Geschichte beginnt an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien. Hier stoppt die Antiterroreinheit GSG 9 im vergangenen September zwölf Neonazis. Die Terrorbekämpfer finden bemerkenswerte Munition, Dutzende Patronen, auch für Sturmgewehre. Später gibt einer aus der Gruppe zu, dass sie von einem Schießstand aus Tschechien kamen. Und zwar Stanley R., ein Neonazi aus Hessen. Seit Jahren der Polizei bekannt als Rechtsextremist. Hier bei einer NPD-Veranstaltung in Thüringen. Stanley R. ist so bekannt, dass er sogar in den NSU-Ermittlungen als Szenekundiger befragt wurde. Und jetzt trainiert er offenbar mit anderen Nazis schießen. Wir fahren zu dem Schießstand in Tschechien, den Stanley R. im Prozess beschrieben hat. Das Hinweisschild vielsagend, auf Deutsch. Leihwaffen, alle Kaliber. Wir geben uns als ganz normale Kundschaft aus, also etwas schießwütig. Im Vorraum sehen wir im Regal eine Hitlerbüste, einen SS-Helm und eine Mütze mit SS-Totenkopf. Mit uns warten drei junge Männer aus Bayern. Sie tragen Nazi-Shirts. Die Vision Bernau ist darauf zu lesen. Und eine Reichsfahne. Irgendwann werden wir abgeholt und mit den Worten begrüßt. Sturmgewehre, Pistolen. Wir haben die freie Wahl. Genau wie die Nazi-Gruppe um Stanley R. vor ein paar Monaten. Niemand beaufsichtigt uns. Hier kann man sich offenbar unbeobachtet mit Munition für Sturmgewehre eindecken und üben, auf Menschen zu schießen. Unsere Anfrage später lässt der Betreiber des Schießstandes unbeantwortet. Warum übt die Gruppe um Stanley R. schießen? Sind das nur Waffennarren oder haben sie etwas vor? Wir versuchen, mehr über die Gruppe herauszufinden. In einem internen Vermerk des Landeskriminalamts Hessen finden wir einen wichtigen Hinweis. Stanley R. soll Deutschland, wenn nicht sogar Europa-Chef von Combat 18 sein. Combat 18, 18, steht für A-H im Alphabet, also Adolf Hitler. Combat 18 war früher eine militante Nazi-Truppe in England. Hier ein Propaganda-Video von der damaligen Gruppe. Das Konzept früher, autarke Untergrundzellen begehen Mordanschläge. So wie hier Ende der 90er Jahre in England. Die Anschlagsserie einer Combat-Ating-Gruppe. Auch die NSU-Zelle hat sich bei ihren Morden am Combat 18-Konzept orientiert. Verfolgt die Gruppe um Stanley R. ähnliche Pläne? Interne Unterlagen zeigen, es gibt ein geheimes Regelwerk namens Combat 18 Deutschland-Richtlinien. Darin heißt es, jedes Bundesland, GAU, bekommt seine Sektion mit einem Sektionsführer. Auch regelmäßige Treffen, Kleiderordnung sowie sogenannte Bruderpflichten sind in dem Papier geregelt. Und das Regelwerk besagt, 15 Euro muss jedes Mitglied monatlich zahlen. Auch Stanley R. taucht in den Unterlagen auf, als Empfänger der Monatsbeiträge. Ihm wird seit drei Jahren genau diese Summe, also 15 Euro, monatlich überwiesen. Aus ganz Deutschland. Offenbar gibt es also tatsächlich eine funktionierende Struktur von Combat 18 in Deutschland. Und Stanley R. ist offenbar der Kassenwart oder Kopf dieser Gruppe. Ein Netzwerk von mindestens 26 Personen. Eine bundesweite Struktur von gewaltbereiten Nazis. Ein Beitragszahler ist offenbar er hier. Ein Musiker der Nazi-Band Strafmaß, die offen Werbung für Combat 18 macht. Dies ist eine Wahl und ihr solltet sie übernehmen. Dies ist eine Nachricht von Combat 18. Der Musiker, ein polizeibekannter Gewalttäter, der in seinem Heimatort auch schon mal eine Bürgerwehr aufgestellt hat. Er schreibt uns auf Anfrage, ich bin seit drei Jahren raus aus der Szene. Mehr habe ich nicht zu sagen. Komisch, dass seine Musik mit der Combat 18-Werbung bis heute verkauft wird. Amtsgerichthof in Bayern. Heute wird das Urteil gegen Stanley R. verkündet. Es geht um die Munition, die die Polizei bei ihm an der Grenze gefunden hat. Er sagt, er habe die Munition aus Versehen mitgenommen. Weil das Gericht nicht beweisen kann, dass er es absichtlich getan hat, bekommt er nur eine Geldstrafe. Sagen Sie hier, was wollten Sie denn mit der Herzen Munition? Nein, kein Kommentar. Bereiten Sie sich auch irgendwas vor oder warum machen Sie diese Schießübung? Wir fragen einen Mitangeklagten von Stanley R. Warum waren Sie denn beim Schießtraining in Tschechien? Wollen Sie das für Ihren Mandanten? Wir geben keine Erklärung ab. Sie haben das eben im Gerichtssaal verfolgt. Weitere Erklärung folgt nicht. Aber gehören Sie zu Combat 18? Wir wissen, die Gruppe um Stanley R. trainiert Schießen, sammelt Geld, ist organisiert. Eine konspirative Zelle wie der NSU ist sie bisher noch nicht. Aber beim NSU begann es ziemlich ähnlich.